intensiv OH,OH WASắp? es kommen noch ganz viele OH,OH! es bin ja voll down Oh mann mann du kennst? JA Was denn? Oh, du wusstest ja sterben. Du warst grad weg. Die Verbindung war grad getrennt von dir. Echt? Ja. Du bist wieder da. Ich hab auch nichts gehört von dir die ganze Zeit. Was? Kann ja gar nicht sein. Sag doch sowas nicht. Ja, weiß was du wieder gemacht hast. Ich hab grad mal ein bisschen Spiel rumgekohle. Genau. Was ist denn mit dir schon wieder? Was, was, was ballert der denn? Ja, mit Raketen siehst du das nicht? Schau doch mal die Augen auf. Ja, aber warum down doch nicht? Oh, oh, jetzt bin ich down. Komm mal hierher. Nein, ich verkriech mich hier rechts, wo es dir näher ist. Jetzt muss ich aber zu dir laufen. Ja, genau. Dann kann ich unterwegs sterben. Nein, tust du nicht. Guck mal, ist kaum was abgezogen. Ich bin bei dir. Danke. Weil ich eine Sirene bin. Was, weil du eine Sirene bist. Weil ich leichtfüßlich davonlaufe. Ja, und deswegen holst du rum, dass du sterben könntest. Ja. So, jetzt hole ich mal den Raketenwerfer raus, weil der Typ geht mir gehörig auf den Sack. Was? WTF? Wir brauchen unbedingt irgendwas, was Maschinen zerstören kann. Ja, Korrosionswerfer. Ja. Lenk ihn ab. Ja. Ich stehe hier hinten ganz gemütlich und schieße mit meinem Raketenwerfer auf den Sack. Ich sag ja, ich lenke ihn ab. Achso. Ja. Ja, es dauert nur. Der braucht halt einen Moment zum Nachladen. Der ist ganz gemütlich. Ja, Granaten regeln das schon. Oh, voll drübergeheizt. Wo war denn der seine Crit-Zone eigentlich? Ich glaub das ist das Auge vorne, das rote. Naja, vorhin ja, aber jetzt nicht mehr. Hm. Vielleicht die Waffen, wo du raus schießt? Ist ja meistens dann so. Warte mal, ich guck mal, ob ich das mit der Sniper erfahren kann. Ja, die Sniper... Oh, das war halt grad das gewesen. Ähm. Macht der Gewohnheit. Macht mich bitte in den kaputten Rohren oder bei diesen Koordinatenhallen. Ich werde auch nicht mehr versuchen, dich zu töten. Hä? Wo? Genau. Wir sollen das glauben. Wo denn? Ach jetzt, jetzt aktualisiert. Eins weiter, jetzt kämpfen wir uns wieder hier durch die ganze Halb durch, bis wir am Ende sind. Und dann ist er die Übermacht und müssen töten und ja. Oh. Ähm. Äh. Da da da. Hier stehen einfach mal Typen rum. Ja. Schon gesehen. Und? Sie machen nichts. Komisch. Ja. Da. Da und sind wo. Oh. La la la. Was? Ach ja. Ich hab keine Raketenmunition mehr. Mist. Ich muss nur kurz shoppen. Aus der Entfernung brauchst du auch keine Raketenmunition. Hey, ist mir nur gerade eingefallen. Weil ich gerade eigentlich die Pistole rausziehen wollte und hatte den Raketenwerfen damit. Ach so. Ich bin noch mal ganz kurz die Dings zu holen. Ja. Kannst du. Ja. Mach mal. Weil ich denke mal die brauchen wir gleich wieder. Ja. Äh. 15 mal. Äh. Äh. Es ist ein guter Tag voller Möglichkeiten. Äh. Äh. Ach da. Jetzt so. Ja. Ich bin schon unterwegs. Ich hab dich nicht vom weitermachen abgehalten. Doch. Wieso? Weiß ich nicht. Ach ja. Gut. Wir sind Revolver mit. Revolver. Revolver mit 143 Schaden. Was? Äh. Mit 0,01 Schussfrequenz oder so. Feuer zu schnell wie du abdrücken kannst. Woah. Halt einen Revolver. Halt einen Revolver. Und auch keinen Revolver der nicht so ist. Der ist besser als meine epische hier. Oh warte mal da unten steht ein Rooser. Den hau ich grad mal weg. Ach jetzt kommt noch mehr. Mist. Hm. Ist ja kein Problem für meine Snipern. Oh. Toll. Was ein Luckshot. Hab ich mal Battlefield solche Shots hinbekommen. Ah das wär so geil. Ach was wäre wenn das schön wäre. Wenn nicht wäre. Ähm. Ich hab einen Revolver mit 84. Hm. Ja und mit 143 ist schon ein Unterschied. Und 84 ist auf jeden Fall schlechter als meins. Ja das ist auch schlechter als meins. Was. Dann nimm den doch. Der ist schon geil. Was mit dem anderen 60 einfach so so wär. Was. Die ganze so nehmen ja. Ja. Oh wenn du damit auch noch triffst dann ist geil. Der liegt hier. Zeig mal wie sieht der aus. Ach ja das wird natürlich wieder so nackt. Der Brawl Lounge. Hau mal rein. Warte mal ich. Ja bau du mal rein. Ach ja. Na ja. Bisschen Sicherheit ja. Ich hab ihn schon im Ziel. Achso. Höhöhöhöhöh. Alles klar geht los. Danke. Ich werde jetzt versuchen dich zu töten. Ach voll und jetzt kann man ihn erst töten. Achso. Ich hab schon zwei Raketen verballert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da sind Reparaturboots. Oh der Raketen war fast ja geil den ich hab. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Da vorne. Nein ich mein die Spielquots. Die fliegen da oben rum. Wow hier kommen noch andere kleine. Da hinten würde ich nicht hochheben. So sind das jetzt alle? Da ist noch einer. Einer fliegt noch. Wo ist er? Sag mal wenn du den hast. Kommt jetzt. Hab ich. Oh zu wenig Schuss in dem scheiß Revolver. Wie ungewöhnlich. Wir versuchen dich zu töten. Hat mir kein Vermögen bereitet. Hilf mir. Ich habe meine Mordrost verloren. Ich sehne mich nach vorne. Ja ja. Am Arsch sehnst du dich. Schüsse mich in einer sicheren Gegend. Alleine Radio Hall. Vielleicht in deiner Stadt Sanctuary. Genau. Ja. Ja. Das machen wir auch noch wirklich ne. Ja. Oh je. Wir sind ja nette, hilfsbereite Kammerjäger. Also wir haben jetzt die Möglichkeit zurückzulaufen. Dann durch das ganze Gefängnis zurückzulaufen. Oder ein Stück vor. Weil da vorne ne Schnellreisestation ist. Dann lass uns am besten doch. Es geht schneller wenn wir zurücklaufen. Sicher? Nein. Nein. Wolltest du nicht. War ironisch. Nein das war ironisch. Hier sind Raketen. Kannst du die? Konntest du die nicht aufnehmen? Ich hab schon voll. Ja. Wie? Du hast voll? Ich hab nicht voll. Was ist das für ne Verarsche? Nicht so viel geschossen. Ja das ist richtig. Meiner braucht so ewig lange zum Nachladen. Weil der so nen übertrieben coolen Effekt noch dabei hat. Meiner ist cool beim Nachladen. Ach, rennen wir einfach durch. Ja. Da kommen jetzt ganz schön viele ne? Ja. Läuft. Ähm. Was ich sagen würde. Meiner ist cool wenn er nachgeht. Dann schmeißt du den Raketenwerfer wie bei einer Pistole. Einfach nach vorne weg. Und dann fickt die so. Nicht Granaten mäßig. Sondern Raketen mäßig. Ach. Geil. Ja. Das ist ja voll. Das ist ja voll asozial. Ich hab eigentlich statt 2 Schuss eigentlich 3 Schuss. Macht der dann auch genau so viel Schaden oder was? Nee. Der eiert doch ein bisschen. Also der ist nicht so genau beim Ziel. Oh. Weit ich teste. Toll. Oh oh. Greift. Greift. Weiter. Ja ich werd bloß weggeschoben. Dann hör ich auch auf dich zu retten. Ich bin los. Ja ich auch. Irgendwie. Irgendeinen. Da den krieg ich. Ja den ja den ja. Hast du? Ja. Auf gehts. Go 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 go. Es ist viel lustiger wenn wir hier einfach weg rennen und dabei sterben als da ist er. Meinst du nicht lustiger aber mit Action auf jeden Fall mehr. Jo. Ich hab mal nach Sanktion wäre einfach jetzt gestartet. Hoppsel weg. Ja ja. Stösser. Jo. Ha. Stammt den hätt ich noch im Griff. Schön. Einfach mal abgezogen ey. Jo. Das war ähm. Angsthasen. Ich hab Angsthasen gehört. Angsthasen. Was? Nein. Das warst du niemals. Wir doch nicht. Nee. Quatsch. Nee. Quatsch. Nee. So. Haben wir doch ganz gut gemacht. Haben wir doch ganz gut gelöst. Ich hab schon lange kein neues Outfit mehr. Ähm. Bekommen. Ähm. Wie war schnell verkaufen nochmal? Ganzen Crap verkaufen? Entfernen. Achja. Wenn du auf Dings gemacht hast. Auf was? Wenn du das X gesetzt hast. Ja ja. Aber wenn ich bei mir entfernt rücksteht. Immer passiert nix. Komisch. Du musst in dem mittleren sein. Also beim kaufen. Auf die Waffe. An deiner Seite vertrauen. In dem Kauffenster. Nicht in dem Verkauffenster. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Das ist der Hammer. Wie wirklich unsinnig das ist. Ich beleg grad ob ich meine Feuersniper verkaufen soll. Boah. Ne. Ich glaub ich prall die nochmal. Hier ist ein Granaten-Mod. Ach ne. Ich hab ja den. Der siebenfach explodiert. Hier ist ein cooler Granaten-Mod eigentlich drin. Ich kippe mal ab. Bitte? Töte die Splittergruppe. Referenzabschluss Tennis. Schade dass die Mutanten nicht zu zähmen waren. Sie wären nützliche Alliierte gewesen. Tja. Da haben wir die Turtles umgebracht. So ganz ohne Scham ne. Ähm. Ähm. Ist. Achso. Ja. Was schrumpf denn da hast du gesagt? Oh die ist gut. Double Barrett Rocksolt. Ich auch. Double Barrett Rocksolt ja. Nicht wegrennen. Nachladen. Mit 65 x 11. Mit 65 x 11. Mit 68 x 11. Ja. Ja. 18er Schuss. Brauch zwei Magazinen. Was geht ihr noch? So. Ladegeschwindigkeit. Magazingröße 11. Das ist nicht verkehrt. Cool. Dann verkauf ich die andere. Die sieht ganz nice aus. Schau mal. Testen wir mal. Schau mal. Die andere erstmal. Safer. Ja. Wurde nicht immer mit dem gleichen Zeug kommen. Ja. Der safe. Der voll ist. Oh ja. Die Dings. Ach ja. Die. Die Granat mod gut ist. Du sagst. Die ist richtig geil. Gutes gesagt hast. Ja. Nein. Hattest du ne bessere? Ne. Was für ne Granat. Achso. Ne. Ja. 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 Schon. Bisschen so. Teils. Ich war halt eine die siebenfach explodiert. Achso. Ja. Ne. Mein einer Schaden von der einen Explosion ist zwar nicht so groß. Aber dafür halt siebenfach. Naja gut. Ja. Es ist halt nur wenn man halt auch. Ja. Wie haben dich die Banditen überhaupt geschnappt? Ich war pinkeln. Und einer von denen hat mich K.O. geschaut. Wow. Du bist echt ein Trottel. Jupp. Ich äh. Ja. 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 Total bescheuert. War nur ein Witz. Freut mich dich zu sehen. Oh. Danke. Jetzt solltest du sagen ich freu mich auch dich zu sehen. Ah. Stimmt. Ich äh. Schön dich zu sehen. Ah cool. Ah cool. Irgendwie sind die zwei ja schon ein bisschen süß so. Alter. Ja? Hol deine Eier raus. Was? Alter. Kann man nicht mal sagen. Was ist denn das? Flame of the Firehawk. Lol. Ah? Das Schild. Was? Was du bekommen hast. Äh. Geht. Zangeleinreich. Nova Schaden Nova Radius. Boah. Gelbes. Jaja. Setz vor. Während Feuernovas frei. Wenn du. Wenn es aufgebraucht ist. Muss zwischen Nova vollständig aufgeladen werden. Perias? Das ist einfach nur voll schlecht. Das ist das Problem. Ja. Das ist. Ich hab halt ein Schild. Was. Ähm. 126 Gesundheit abzieht. Meinst du die 73 hab? Aber. 200. Spion. Ja. Hm. 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 Tja. Ich weiß nicht. Das hört schon geil an. Das ist für Stufe 8. Alter. Hä. Echt? Stimmt. Lol. Oh mein. Ich brauche ein Save Upgrade. Das passt alles gar nicht rein. Was hast du denn alles in einem Save drinne? Ich. Ja. Drei Pumpguns. Zwei Pumpguns. Neu. Erstmal glaube ich noch. Ich weiß gar nicht mehr. Gott sei Dank. Dich durch den Kühlschrank. Weißt du doch. Du kannst doch. Ähm. Du kannst doch zum Beispiel. Was war denn das? Ne. Da kann ich zum Beispiel. Verkaufen. Äh. Boost Artefakt. Ja. Das habe ich gerade reingepackt. Ähm. Du kannst doch zum Beispiel. Ähm. Noch was in diesem. Over Character. Save reinlegen. Weißt du? Weißt du was ich mein? Ja. Da sind noch mal vier Plätze. Wenn du so dringend Platz brauchst. Ah. Die Tür geht immer nicht auf. Ich will zum Beispiel noch einen Raketenwerfer der verfleisch ist. Brauchen wir den? Ja. Eck. Wenn wir auf Raketenwerfer. Wenn wir Raketenwerfer benutzen. Weißt du sowieso. Irgendwelche fetten. Großen. Maschinen. Oder so. Ja. Damals war alles ganz anders. Ich geh nochmal zum. Zum Dingshändler. Oh wir müssen auch mal ne. Langsam ne. Zeit und so. Zeit und so. Wollen wir dann? Mal wie. Würde ich mal sagen. Mal machen. Hm. Ich bin grad noch mal rein. Ich bin grad noch mal rein. Gab's hier. Gab's hier neue Quiz zum annehmen? Nee. Boah. 20 für 3 Dings mehr. Was kauf ich mir mal. Oh ich hab da. Ich hab maximales Upgrade für den Rucksack. Okay. Okay. Geht nicht weiter? Nee. Nur noch 20. Also nur für 20 Stück. Weißt du das ist jetzt Maximum alles? Da steht ausverkauft. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es da noch. Gehts noch vielleicht weiter. Achso. Da steht halt ausverkauft. Achso. Achso. Jetzt weiß ich was du meinst. Wo jumpst du eigentlich lang? Ich äh. Bring mal wieder ein bisschen über die Dächer ran. Sanctuary. So eine Schönstatt. Alter. Dann hoffentlich klitschst du nicht irgendwo rein und kommst nie wieder raus. Sterben werde ich dann höchstes maximal. Nein dein Charakter wird dann gelöscht. Du bist als Cheater enttarnt. Ja. Als Cheater. Genau. Hier oben sind bestimmt auch irgendwo Waffen versteckt. Genau. Von GMs. Genau. Genau. Ach nee. Zu wasi. Nein. Was? Was ist das? Was? Na komm dann. Stellen wir uns wieder auf unseren Standardplatz. Oder? Ich bin so einsam. Ach armer Kleppi. Oh dahin ist noch eine Mission zum abgeben. Hab ich ganz vergessen. Wie kannst du nur? Was? Ja genau. Hast du das komisch angehört? Ja genau. Ja schon. Extrem. Okay. Als ob du gleich krepierst. Alter ich bin noch so ultra krank. Ey das ist voll schlimm. Nee falsch. KI-Kern installieren. Achso. Ach ja genau. Ach ja. Jetzt gibt es hier voll die dicke Party. Guck dir das mal an hier. Komm mal. Oh mein Gott. Ich komm mal. Ich bin da. Okay jetzt. Ich setze den mal dahin. Bäm. Du bist beschieden. Jawoll. Ausmachen. Die Leute beschweren sich. Schnell. Ich gebe auf. Du hast mich besiegt. Wie lustig zu töten ist mir endgültig vergangen. Ich wünsche nur noch dir beim Töten ankommen zu helfen. Bring mich zurück. Sie sind Courke When配ler, die sie退ten erinnern. Falls du mich als Schild verwenden willst. Oder zu Marcus. Wenn ich hier als Waffe dienen soll. Ja Schild oder Waffe. Ich nehme den Kern erstmal wieder auf. Ich lehne hier am Geländer und frag mich. Was in meinem Leben schiebt er ertrekt. Was klingt denn hier? Was? Weißt du, mit mir macht sie so einen Smalltalk und es mit dir... Ich bin immer 4x4 Ja, was machen wir? Markus oder... also Waffe oder Schild? Wir machen eine Aufnahmepause Und entscheiden uns dann Genau Mal gucken, ob wir das dann auch wissen Ja Alles klar, dann machen wir jetzt mal einen Aufnahmepause Vielen Dank zum Zuschauen, dass ihr zugeschaut habt Und hoffen, es hat euch Spaß gemacht Und der Fermo macht jetzt noch die abschließenden Worte Und wir sehen uns dann... demnächst wieder Ja, demnächst Wollte gerade sagen, bei Battlefields Hast du jetzt auch den Tränen, Battlefield, ja Ja, hab ich Macht's gut, Leute Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Ciao